So, herzlich willkommen. Wir sind zurück bei E.R.S.Karim. Wir machen einfach weiter. Selber Aufnahme-Session wie vorhin. Oh, oh. Wir sehen etwas, was du nicht siehst. Ein Stiel-Armor. Kann ich bitte eine Armor am Stiel haben? Wo hin jetzt? Leider Streifler. Das ist schon mal gut. Ich hätte ja beinahe die Dingsmusik gelootet. Also was ist denn hier los? Mystizierung. Müssen wir dann nochmal schauen, was das ist. Alter. Ja, ja, ja. Was ist das? Alter. 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 Ja, ein kurzes, aber heftiges Gefecht. Ach, das, ja, ich hatte mich schon gefragt, was diese zahlreichen Truppen bedeuten. Da wurde es relativ stolz. Ja, der ist gleich wieder bequem gefallen. Warte mal, 25.000, ja, schon 3.000 sind da draufgehauen. Was geht denn da? Und wir müssen ja dann schon einen umgelegt haben. Das waren drei Brüder. Sigtis, glaube ich, ist einer von denen. Und ich glaube, den haben wir schon umgelegt. Ich bin aber nicht sicher. Das war, glaube ich, auch logischerweise in einer Traugendingsbums. Ich bin nicht mehr sicher. Ja, der hatte so einen komischen Kampfstil, glaube ich. Wo wir uns da hinter Säulen verstecken mussten. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie irgendwas. Okay, das waren jetzt hier praktisch die... Oh, oh. Okay, ich verstehe. Da sind schon Löcher drin. Und jetzt hier, äh, Wolf, Wolf, Wolf. Nein. Ich weiß. Äh, ich weiß. I, worry, claw. Da komm. Missile vom Vater. Können wir das vielleicht... Adler, Adler, Höschgeweih, ich erkenne es nicht, aber wir werden es raten bei drei Dingern. Adler, Adler, und noch ein weiterer, Dache, ja, also guck mal, hätten wir das nur aufgepasst, wie der, äh, wie der Dings, äh, es, aufgemacht hatte, von der, äh, Bruderschaft, die Dingsbremse. Schön. Ja, du saßt es, ich auch, aber wir machen noch ein bisschen, ein bisschen machen wir noch. So, oh oh, guck da, es geht los. Okay, wow, das ist groß. Oh, schau, okay. Der Däder, schämen jetzt, guck mal. Spatel. Gut, dann, äh, eigentlich, ich packe es mal weg, damit wir vielleicht ein schönes Bild bekommen. Jetzt mal ganz vorsichtig. Oh, da ist ein Hebel. Nee. Steher. Gut. So etwas habe ich noch nie gesehen. Doch, du hast doch schon ein paar Mal in ähnlichen Dinger mit mir drin. Hört sich jetzt komisch an. Na ja, gut, der Typ wird ja jetzt bald kommen. Schau. Wow. Wie, wir sind jetzt alle gleich automatisch gestorben, als der weg war, oder was? Haben wir jetzt hier die ganze Spannung rausgenommen, durch unseren epischen Kampf. Okay. Es könnte sein, dass eventuell, äh, wir da schon ein bisschen over waren. Goll. Wir tasten uns langsam ran. Trauger Sklave. Okay, seit wann? Das hatten wir noch nie, ne? Ein Trauger Sklave. Ein Trauger Sklave. Da geht's eventuell wieder raus. Noch ein Sklave. Die haben halt keine, keine Rüstungen, ne? Da ist Sklave. Oh, da sind Stacheln. Da können wir aufmachen, aber ich mach's jetzt noch nicht. Da haben wir den jetzt mal ganz knallhart überhaupt weggebrutzelt, bevor der erstmal so richtig loslegen konnte hier. Oh, da war ich schon wieder beeindruckt. Beeindruckt von mir selber. Von meiner Größe. Entschuldigung, nein. So, hi. Noch eins, glaube ich. Schon wieder Mitleid hier mit den Toten. Das ist schon kein kleines Ding. Ich glaube, das war der erste, ne? Der Mikkel ist als erster. Mikrul ist als erster erledigt worden von denen. So, Moonstein. Writ of Sealing. Okay. Galdor, Blackblade. 20 Gesundheitswunnel. Galdor-Frequenz, sehr schön. Writ of Sealing. Okay. Ja, man muss es halt so sagen, also, richtig mitfühlend, äh, was hat denn der für einen ekligen Bauch da, äh, richtig mitfühlend bin ich nicht, der hat mir ihren Vater getötet und so weiter, ich glaube, das ist alles. Writ of Sealing, wir müssen es ganz kurz lesen. Hier kann nichts passieren, alles gut. Writ of Sealing. Bio. Beboh, dear me, cruel murderer, betrayer, conjunten, by your crimes against realm und loid. May your name and your deeds be forgotten forever and the charm which you bear, besiege, by our award. Ok, ich werde es auszählen, was ist das? Bebound your sickness, murderer, betrayer, condemned by your crimes against the realm and lord, it's the same text. May your name and your deeds be forgotten forever and the charm which your beard to be sealed by our world. Oh, da sind Stockflecken drauf, auf dem Dokument, das ist ganz eklig, das beschäftigt mich momentan gerade. Ja, dann haben wir den Sigtis schon erledigt, dann fehlt uns noch einer sogar. Ich will nur schauen, ob wir hier, oh, kommt das. 63 haben wir oder nicht haben, ne? So, alles da, ja, wir gehen weiter. So, da haben die dann für jeden, der hier, für jeden, der hier langkommt, haben die noch kleine Waschungen gepackt, als sie das, als sie das Ding da aufgebaut haben. Zeig her, ah, guck mal, ein kleines Schreinchen. Nicht ein kleines Schweinchen, sondern ein kleines Schreinchen. Ja, ich weiß, ich drücke mich. Erst das Unwichtige. So, ein kleines Trüchen. Ja, jetzt machen wir die Tour auch noch, komm. Einfach die Atmosphäre genießen. Ring der Magiker. Wow, 30 Punkte. Und halb so viel, das ist ganz gut. Thank you. Yay. Jetzt kommt der Auer. Wir laufen direkt rein. Komm zu mir. Boah. Boah. Boah, der macht gelernt. Kalte Frostbreath. Ja. Okay, wow. Was ist das hier schon los? Nichts. Jetzt gucken wir mal. Ähm. Ganz kurz gucken. Ebenibau. Ja. Of the Storms. Wollen wir den hoch jubeln? 30 Punkte Blitzschaden. Halb so viel Magikschaden. Petrifying. Ebenibau. 122. Ebenibau. Wow, haben wir den? Okay, wir haben den doppelt. Was, wie, wo? Heilige Scheiße. Ebenibau. Oh, das ist das Sonderschwert. Ich verstehe. Okay. Ja, da müssen wir mal was tun, ne? Mit den Ebenibingern. Ich meine, wir kommen so mit dem Standardbogen, den wir jetzt gerade haben, kommen wir gut parat. Ähm. Aber wenn wir auch zu viel aufheben und so weiter und so fort. Du kennst das ja immer. Gut. Da wäre das jetzt schon auch wieder erledigt. Na? Ja. Oh. Äh. Ah. Hier. Verstehe. Oh, endlich haben wir das auch mal gemacht. Yay. Wir müssen da lang, ne? Okay. Wow. Oh. 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 Oh, das tut mehr, 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 mehr weh als dir, Lydia. Oh. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann lass mal kurz gucken. Hier ist abgeschlossen, ne? Okay, Ustengraf, das ist die düster Klingel, ein Zalft, windseitige Ruinen, ja gut dann, machen wir das doch, oder? Hochelfen, mehr Magier als andere Völker, mit Hilfe hochgeboren, Fähigkeiten, kurzzeitig Magier regenerieren, ja naja, sehr gut. Ja, schön, da hätten wir dann sozusagen einen Teil, und ich habe ganz wenig Mitleid mit den Brüdern, ehrlich gesagt. Die haben bekommen, was sie verdient haben. Ganz kurz Prüfen, cool, 45 Grad, also, ein Rabbid, brauchst du ein Rabbid, dann Rabbids, in der Gisten. Ah, oh, 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 oh. Äh. Nicht gut, ich bin fest. Ich liege fest, hier, au, 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 au. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, gar nicht gut, nicht gut. Ah, merde. Wir sind gemein. Ich hasse die Dinger, äh, die Typen mit, mit diesen. Also nicht überlegen, du weißt schon. Wow, der hat sich gehealt. Okay, das ist doch gemein, was wir gerade gemacht haben. So, jetzt noch einer. Den Mais da haben wir schon mal, das ist sehr gut. Ist es eventuell ein Beschwörter gewesen? Der aufgehört hat zu existieren, als wir den Meister umgebracht haben hier. Das könnte gut gewesen sein. Wo ist das hin? Oh nein. Wir gucken erstmal hier ein bisschen rum, ne? Oh oh. Irgendeine Verzögerung hier ist. Okay. Dann war das bloß ein Bachpasten oder was. Oh nein. Heute hängen ich einfach viel fest. Ich hoffe, das Ganze hängt sich jetzt nicht an. in den Berg reingebaut. Das ist interessant. Mit verteilten Schlafplätzen. Okay. Wir gehen kurz hoch. Ich bin jetzt eigentlich ganz froh, wie wir das gemacht haben. Das wir nicht direkt mit dem Kampf gesucht haben, weil ich finde, die sind schon eklig, wenn ich so drei, vier dann langsam aufeinander komme. So. Dann werden wir wahrscheinlich unten den Eingang finden. Das ist nicht so fett, aber wir nehmen es gerne mit. Jetzt rutsche ich auch bestimmt auf den Stufen und so weiter. Richtig nett reingebaut. Das Ding hier. Schon. Aber das macht jetzt, glaube ich, keinen Sinn, hier noch etwas Neues anzureisen. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Schluss. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Und wow. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüssi Asma.